So, und da sind wir wieder zurück bei Risen. So, und als letztes haben wir ja hier, wie heißt der Gary genau, dabei erwischt, wie er das Kraut, hier, Frames, so, jetzt, ähm, wie er Kraut vertickt hat, dann haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen, aber wir können ja nochmal mit ihm sprechen, ähm, kannst, kannst du mir auch was über Alchemie beibringen? Grundsätzlich schon. Aber? Ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Ah, ja. Wo kann ich die Grundlagen lernen? Sprich mit meinem Gehilfen Gary. Er hat einiges gut zu machen. Ja. Hast du noch Tränke? Ah, ja, hier kann ich mit ihm handeln. Das sind Rezepte für Tränke, den Kronlöcher, den ich hier verkauft hab. Nö, das will ich nicht, ähm. Das ist zu riskant. Verlaut, okay. Mehr können wir bei ihm auch nicht machen. So, Gary. Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Natürlich. Äh, gerne doch. Das ist kein Problem. Okay. Äh, äh... Äh... Du musst die Pflanzen am Alchemie-Tisch in einem Kolben erhitzen. Und anschließend in ein Fläschchen abfüllen. Woher weiß ich, welche Pflanzen ich brauche? Das steht im Rezept. Das brauchst du nämlich auch. Rezepte musst du dir wahrscheinlich kaufen. Wahrscheinlich. Nein, ah, verdammt, ich wollte das andere drücken. So, ich will jetzt die Wahrheit hören. Äh, Kata ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch. Ja, und etwas Gold. Aber das war nicht viel. Und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht, Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun. Hau schon ab. Oh, danke. Naja. Solltest du dich glücklich schätzen. So. Dann gehen wir mal noch mal zu Leonardo. Ähm. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? 250 Goldstücke, oh ne. Das ist mir zu teuer. Hast du noch Tränke? Aber ich kauf mir mal so einen Trank hier. Also so ein Rezept für einen kleinen Haltrank. Hopp. Gut. So. Das war das. Wenn ich gleich mal kurz was in den Einstellungen umstellen, bin gleich wieder da. So. Müsste eigentlich besser sein. Ja, auch nicht viel. Weil ich hab so ein bisschen die Einstellungen runtergeschraubt. Aber das macht jetzt auch nicht wirklich den Riesenunterschied. Was ist das denn? Marcelo. Sieh an! Ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Ja, mehr oder weniger. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Ähm, was gibt's hier? Großspannendes zu sehen. Ich wusste nicht, dass der Zutritt verboten ist. Ich wusste nicht, dass der Zutritt hier verboten ist. Ja, ja, schon gut. Geh weiter. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Ähm. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ähm. Nein, dem helfe ich nicht. Welche ist das, Tony? Bist du Tony? Nein, das ist eine Wache. Äh, bist du Tony? Ja, du bist Tony. Hallo. Psst. Mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Ähm. Bist auf Don unterwegs. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da im Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Ah ja, du wirst die Weißen bestehen. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frage mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Du willst die Weißen bestehen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hm? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich hab sie erst selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Okay, da haben wir eine neue Quest. Aber ich möchte jetzt erstmal nach dem alten Haus von Stahlbart suchen, weil da haben wir ja den Schlüssel bekommen. Und speichern. Speichern ist nicht schlecht. Sollte man Öffertun. Mache ich ja quasi nonstop. Das ist schon ein großes, beeindruckendes Haus. Mal gucken. Wo geht's denn hier lang? Automatisch speichern. Ach, dort geht's zum Tor. Dann gehen wir mal hier runter. Und suchen. Und gucken uns mal noch ein bisschen in der Stadt um. Ui. Na? Nein, die Einbrüche will ich nicht besuchen. Mit wem sollen wir denn sprechen? Das ist nur ein normaler Ordenskrieger. Na, Sid? Äh. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Aber dabei brauche ich deine Hilfe. Was soll ich tun? Sieh zu, dass du die Einbrüche untersuchst. Wenn Rodriguez sich drauf einlässt, reden wir weiter. Okay. Also sollen wir doch die Einbrüche untersuchen. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut. Dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein. Das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Okay. In welche Häuser wurde er eingebrochen? Bei Nelson dem Kartenzeichner, Flavio dem Fellhändler und Baxter dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich Flavio, den Fellhändler? Oben in der Gosse. Er hat sein Haus gleich neben dem Schrein der Heiligen Flamme. Okay. Wir sehen uns. Also. Dann gehen wir erstmal hoch in die Gosse. Zu Flavio dem Fellhändler. Hüpf. No, das war ja nicht so. Jetzt aber hüpf. Pavel. Ah ja. Belschwur. Hey, der verteilt doch Essen oder so. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Und der Magier. Und der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Viele von ihnen haben alles verloren. Weißt du, weißt du, wenn du mir helfen willst, wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Ah ja. Wie kann ich Magier werden? Hm, du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Äh, ja. Ja. Du bist sehr schnell in deinem Urteil. Das spricht für dein großes Selbstvertrauen. Doch das ist allenfalls deine Ansicht der Dinge, nicht unbedingt die Wahrheit. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Aber ich... Gehört dir zum Inquisitor? Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir sieben Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Okay. Dann gucken wir mal. Ah, Minze. Aber erst nach dem Fellhändler. Und speichern. Wer bist du? Kohl. Null. Kohl wollen wir nicht. Vielleicht später. Finn. Aber Finn ist nicht der Fellhändler. Das ist Flavio. Der ist ja direkt in dem Schrein der heiligen Flamme. Nein, das ist nicht Flavio. Bist du Flavio? Nein, du bist ein Bauer. Du bist ein Hund. So. Du bist der Fischhändler. Wer bist du? Ach, du bist Sid. Genau. Stimmt. Stimmt. Ist das hier vielleicht der Schrein der heiligen Flamme? Wer bist du denn? Ach, du bist Flavio. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Ähm. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Fälle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Ähm. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Jep. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein. Darum wird sich Meister Bell schwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen. Aber er will zehn Fälle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Fälle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Meine Fälle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Okay. Ich brauche ein paar Sachen. So, was hat er denn? Das hat er. Kurzbogen. Zehn Schaden. Ja, aber den habe ich auch. Verkaufen einen mal. Oh, bringt 15 Goldstücke. So, das Zeug behalte ich mal lieber. Magie auch. Da hätte ich Wolfsfell. Der hat jetzt gezahlt, aber nur vier dafür. Nee. Behalte ich. Okay, beenden. Was habe ich davon, wenn ich die Fälle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Hast du keine Fälle? Immerhin, handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs. Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Okay. Cole war ja da oben. Das müssen wir vorhin. Das ist Gillis. Cole. Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Ähm. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist. Und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Weißt du, wo ich Fälle bekommen kann? Fälle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Fälle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Fälle? Pass auf, ein Fälle habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Fälle auftreiben? Keine Ahnung. Vielleicht hat Pavel eine Idee. Okay. Ähm. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Weltschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Kosta versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ähm, geschickt plus eins, plus fünf. Oh, geschickt plus fünf wäre aber ziemlich teuer. Ich zeige mal, wie man schleicht. Oh, schleichen. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Cool, jetzt können wir schleichen. Okay. Ende. Mal gucken. So können wir schleichen. Ah, auf Steuerung, okay. Oh, jetzt zack, von hinten, nein. Bäuerin. Gilles. Finn. Von der Wache. Belschwur. Null. Moment, wir gucken uns mal die Liste an, die wir bekommen haben. Ähm, Rezept. Hier ist die Liste. Also, Cole haben wir. Finn. Okay. Finn steht ja da vorne rum. Gilles. Finn. Hi. 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 Ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Ähm. Belschwurschiff nicht. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Ja, das denke ich mir. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belschwur der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leer geräumt und hat die meisten von uns entlassen. Okay. Wen haben wir denn noch auf der Liste? Elias, Josh und Arthur. Okay. Das ist der, den wir verprügelt haben. Havel. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Fälle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Okay. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Hm. Na schön. Aber verdächtig. Wo kann ich Fälle auftreiben? Ich hab keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fällen ausgelegt. Wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Stattet da ich nichts. Und wenn du keine. Und wenn du keine. Und wenn du keine. Und wenn du keine. So viele.